Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über ein wunderbares Thema, über Dreiklang von Predigt, Lehre und Training. Ja, was heißt das eigentlich? Predigt hören wir oft in Versammlungen oder auch im Internet oder wo auch immer oder lesen auch, Lehre ist in der Predigt oder sie kann man auch so miteinander in der Bibelstunde und so weiter auch erlernen. Aber was heißt Training? Was heißt eigentlich so ein richtiger Jünger, Jesus, die mit Jesus waren, die haben von ihm gelernt, was er getan hat, das haben sie auch getan. Sie haben gesehen, wer die Menschen heilt, wer die Menschen liebt, wer sie zu essen gibt, wer sorgt sich um die Menschen. Und das war etwas Wichtiges. Sie waren jeden Tag, Tag und Nacht oft mit ihm und haben das auch gelernt. Das heißt, dieser Training, das ist etwas Besonderes und interessanterweise, auch so sollen wir bei Jesus lernen auch heute, interessanterweise, manche Leute sind jetzt zehn Jahre mit Jesus, 20, 30 und mehr und immer wieder, wenn du fragst, so kennt der Gott, dass sie sagen, ich lerne immer mehr von dieser großen, unerschöpflichen Liebe. Petrus sagt, wir sollen bestimmt sein von dieser Liebe, die soll uns prägen, die soll aus uns diese Männer und Frauen Gottes machen. Es ist ganz wichtig, aber dazu muss ich auch nicht nur lesen, hören, aber auch mit jemand arbeiten, mit jemand etwas tun. Schau mal, was Paulus sagt in Philippa 4, 9, haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Schaut mal, Paulus sagt, wie ich gelebt habe. Ihr wart ja mit mir, mit ihm waren so viele Menschen immer wieder unterwegs und dort in Häuser, wo er gearbeitet hat, weil er hat so viele Menschen um sich immer gehabt und sie konnten sehen, wie er ist. Wir sehen, er war mal geschlagen, er war mal verleumdet, er war mal irgendwie sogar gesteinigt. Was macht denn der nächste Tag, wo er dann doch nicht tot war, steht er auf und geht schon weiter und predigt weiter. Der Mann, der für Gott alles gegeben hat und er hat gesagt, schaut mal, wie ich Jesus geliebt habe, wie ich doch ihm gedient habe, so auch hier, weil sie waren mit ihm, sie haben ihn gesehen. Das war so Art auch ein Training, das war nicht nur Predigt und dann schaut mal, wir lesen auch in 1. Thessalonicher 2, 7, als Apostel von Jesu Christus hätten wir bei euch doch auf unsere besondere Autorität buchen können. Stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Ja, irgendwann kommt er und es geht nicht so, da kennt er vielleicht so als Apostel ein Wort, reden und so, hat er wahrscheinlich auch gesprochen, aber sagt er, mein Ziel war mit euch liebevoll zu sein, wie eine Mutter mit den Kindern, bei Nacht und Tag, sie ist für sie da, sie gibt das Richtige, sie schaut und sie fühlt die Kinder. Das ist so wichtig auch unter den Kindern Gottes, denn nicht nur Jesus hat so gelebt oder Paulus, auch wir haben die Aufgabe, dass wir auch um uns Menschen haben, denen wir es beibringen. Wie sollte man leben? Ja, wir haben alle Schwachheiten und trotzdem, wenn wir Jesu gehören, dann wird es auch was zu sehen, wo wir wirklich uns aufopfern. Wir haben auch immer wieder, wenn wir in Kinderheim gefahren sind oder nach Russland oder auch hier, wir haben immer wieder eine Gruppe gehabt und gemeinsam dann mit den Kindern dort gearbeitet. Das war so wichtig. Ich kann mich, das ist der schönste Moment in meinem Leben, aber wir gemeinsam haben den anderen geholfen und sie haben gesehen und voneinander gelernt. Das ist so wichtig. Oder in Gefängnissen, wo man besucht hat und hat gesehen, wie die Leute gierig sind, manchmal nach dem Wort Gottes. Man hat gemeinsam gepredigt, Leute haben sich bekehrt, aber es war wichtig, danach Briefe schreiben, es war wichtig, danach diesen Kontakt auch bewahren über Jahre. Das heißt eigentlich miteinander arbeiten, sich üben in der Gottsseligkeit. Wichtig, jeder von uns braucht jemanden, der mir sein Herz öffnen kann, wo er sagt, Mensch, es klappt bei mir, ich bete für mich. Er muss einen Mann haben oder eine Frau, die ihm hilft, weiterzugehen. Aber er braucht auch jemanden, einen Timotheus, so wie Paulus diesen Timotheus hatte, den er auch hochzieht, der ihm sein Herz öffnen kann, der ihm helfen kann, der wie die Mutter um ihn sorgt. Das ist so wichtig. Deswegen ist dieser Dreiklang so wichtig. Also drei Füße, auf dem steht wie ein Flügel. Er steht da und gibt wunderbare Töne, aber auf drei Sachen, da muss unbedingt auch Praxis dabei sein. Jüngerschaft, das ist so wichtig und wir wollen da auch wirklich nicht zu kurz kommen und immer wieder weiter gehen. Wisst ihr, manche sagen, Mensch, ich bin doch sowieso nicht so. Ja, schau mal, da viele Leute sind besser als ich. Aber dort, wo du sein kannst, kann ich nicht sein. Die Leute, die dir vertrauen, nur dort kannst du jemand sein, auch ihnen helfen und sie weiter. Manchmal schicken eine Botschaft, manchmal sie mitnehmen. Wenn man einen Krankenbesuch macht oder was auch immer, es ist wichtig, miteinander. Wir alle sind dazu, wirklich in diesem Boot. Es sind nicht nur die Prediger und die Pastoren. Dann schaut man, manchmal in die Gemeinde kommt jemand rein, er ist einige Monate da und auf einmal verschwindet, weil er keine Freunde gefunden hat, weil er keinen gefunden hat, wo er sich austauschen kann, der ihn so verstehen kann und in den Winkel seiner Frage, seines Herzens reinschauen und mit ihm durchbeten und wieder auf die Beine kommen. Deswegen ist es wichtig, wirklich auch diese Training miteinander, jemandem zu helfen, jemandem als, wie Paulus und Timotheus, auch du zieh jemandem mit und geh mit ihm und helfe ihm auch ein Jünger Jesu werden. Der Herr segne euch. Amen. Amen.